jo hallo freunde tortene farmstadt jetzt zeige ich mal wo man die goldene scarf hinten tut und zwar landet ihr in sweety sands und zwar ganz außen am strand am pinken gebäude und tut sie mal ordentlich looten und da gibt es auch noch eine geheime druhe aber die zeige ich euch gleich das war erst mal den blauen wundertrank und slüppi slüpp slüpp da rennt es in richtung vom strand weg und zwar auf der linken seite das erste holzgebäude so der kleine holzschuppen und da ist die seltene druhe drin und da findet man meistens die goldene scarf ok ok jetzt will ich mal die scarf testen die schießt echt butterweicht und schon erledigt es gibt nichts besseres wie die goldene scarf und die goldene snapper habe ich auch noch wieder eine nice sache halt aber ich habe wieder richtig glück gut wieder einsammeln ich höre was oder batman kommt der batman aber keine chance gegen dieses goldene scar jo das war es wieder also merkt euch die stelle und schmisch soll öfters nachschauen die geheime druhe befindet sich also bei jeder runde drin aber also meistens auch die goldene scar drin also wünsche euch viel erfolg ich denke ich konnte euch helfen ciao